servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal willkommen zum lieblingsformat einiger leute weekly reset wir gucken uns wieder an was ihr in dieser id so alles erledigen könnt und was nicht wie immer gilt nichts muss alles kann und wir starten auch direkt rein alles in allem dazu kam heute auch schon extra video deswegen mache ich das kurz vorweg diese woche ist super super gut oder ab dieser woche wird super super gut für mythisch plus denn ihr habt kein cap mehr für tapferkeitspunkte weswegen ihr super easy punkte fahren könnt ihr könnt jetzt schneller effizienter trinkets waffen was weiß ich fahren die aufwerten dazu einfach sonst noch mal das video von heute morgen gucken da ist noch mal alles ausführlich erklärt nur dass ihr das auf dem schirm habt wo wir bei mythisch plus in affixe diese woche sind tyrannisch anstachelnd vulkanisch also nicht die schwierigsten affixe das heißt die woche könnt ihr ganz gut pushen wenn ihr das denn wollt und ebenfalls relativ interessant ist die aktuelle weekly quest da kam gestern ein video zu brennender pfarr durch die zeit ihr kriegt für fünf zeitwanderungs dungeons 389er loot aus dem gewölbe der inkarnation das kann auch höher sein bei gewissen items wir erinnern uns gleichzeitig bedeutet das auch dass ihr 50 prozent mehr ruft bei fraktionen von the burning crusade bekommt und wie gesagt das hatten wir im video gestern wenn ihr das nutzt könnt ihr hier im schatten mond tal hier um den kristall rum der hat keine fixe koordinaten der wandert könnt ihr die an quest annehmen für die fraktion der neta drachen und ihr könnt allein durch den buff direkt mit der introduction quest auf respektvoll kommen also da erspart ihr euch viel viel farmerei ausführliches video gab es gestern ansonsten haben wir wieder die gewohnten dinge macht eure bolt auf holt euch wieder eine aufladung für den belebungskatalysator macht so sachen wie world quests hier die quest für furorion oder sabelian macht die belagerung der festung das fest mal eine große jagd und so weiter und so fort bevor wir weitermachen habe ich noch eine kleine botschaft von meinem partner holy energy da gab es vor kurzem den eistee pfirsich launch der super super gut bei euch ankam ansonsten das gleiche prinzip wie immer energy drinks und eistee ohne zucker mit maximalen fruchtgeschmack ohne unnötigen bullshit ohne kalorien und mir hilft das wirklich nicht nur der energy drink mich beim arbeiten zu konzentrieren also ich nehme das nicht zum zocken sondern eher zum arbeiten sondern auch auf jede menge zucker bei meinen getränken zu verzichten aber natürlich wer will es geht auch wasser wer aber trotzdem ein bisschen geschmack haben möchte da kann ich holy sehr sehr gerne empfehlen gleichzeitig würde ich sagen wenn ihr das ganze mal probieren wollt kauft nicht unbedingt sofort so einen neuen tab der vielleicht zu teuer ist und der euch dann nicht schmeckt dafür sind ideal die mixed probier packs oder energy probier packs da habt ihr so ziemlich alle sorten dabei könnt euch überall mal durchtesten und dann eine entscheidung treffen mit dem code g6 5 kriegt ihr nochmal fünf euro rabatt als erstkunde und mit g6 10 10 prozent als bestandskunde ich hatte ja gesagt auf den kram gehen wir jetzt nicht mehr so ausführlich ein da das die meisten von euch wissen dürften und wir uns auch nicht zu sehr wiederholen wollen diesbezüglich ansonsten haben wir wieder einen world boss am start jetzt muss ich noch mal selber gucken wo der ist oder hier unten haben wir ihn strun ran der proto drache in den ebnen von onara einmal pro woche können die ihn umprügeln gibt 395 loot also das ist eine ganz nette geschichte ebenfalls solltet ihr die quest wieder helft dem abkommen machen ruf der inseln das ist diese woche super easy abzurechnen da ihr nur ruf auf der drachen inseln abschließen müsst genauso macht hier die berufs weeklies ich bin mir nicht sicher ob ich ab der ersten woche alle weeklies gemacht hatte aber ich habe es jetzt geschafft nur mit den weeklies auf ehrfürchtig quasi zu kommen also hoch verehrt das bedeutet wenn ihr diesen schritt geschafft habt könnt ihr hier zusätzliches berufswissen dann kaufen und wappenrock und so weiter also wenn ihr immer eure weeklies brav gemacht habt guckt mal ob ihr auch diesen ruf erreicht könnte ganz gut für euch aussehen und ansonsten gucken wir in den kalender wir haben noch bis einschließlich montag 10 uhr liebe liegt in der luft wenn ihr also die liebesrakete haben wollt das sind eure letzten chancen ich habe sie mal wieder nicht gekriegt trotz mittlerweile über 100 versuchen vielleicht klappt es ja noch aber ich bin nicht allzu positiv gestimmt habe jetzt fast jeden tag mit meinen was habe ich 1160er plus oder so habe ich das versucht zu machen ja es soll nicht sein scheinbar ich habe einfach kein glück bei diesem ding aber was willst du machen ansonsten haben wir keine wirklichen großen weiteren events neue pvp rauferei ist das klassische ashran das ist vielleicht noch ganz interessant wenn ihr noch diese quests habt von damals mit dem sanktum des gladiators in eurer garnision nemesis quests dadurch könnt ihr ganz coole alle titel verdienen und das geht halt im klassischen ashran super gut nur mal als beispiel müsst ihr leute in pvp kämpfen auf dreno töten und in ashran das zählt dazu da findet ihr halt die leute eher als in der open world wir sehen noch hier die anderen quest funken des lebens ist diesmal in halt rasos also die pvp open world quest und die dungeons dungeon quest sind beide in vermächtnis von tür also uldaman davon ab nicht so viel mehr zu tun wir gucken noch auf die alten gebiete zanderlar da haben wir noch kein alpaka molly am start verhehrte inseln bietet uns aber auch noch die möglichkeit auf dem rechten pfad wieder das spektrale elchemount zu ergattern dazu hatten wir auch schon video deswegen gehe ich jetzt auch nicht so super ausführlich drauf ein wenn ihr mehr dazu wissen wollt sucht einfach mal gisex geist von echero beispielsweise da solltet ihr alles finden und ansonsten hatten wir auch schon das haben aber glaube ich auch noch nicht so viele auf dem schirm der magiaturm ist jetzt schon seit ein paar wochen wieder da könnt ihr euch ruhig mal dran austoben der ist gefühlt ein bisschen einfacher als noch mit shadowlands und damit sind wir auch schon durch ich bedanke mich bei euch fürs zusehen hoffe das video hat euch gefallen wünsche euch eine super spannende spaßige id und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal